ja mein Freund und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Battlefield Play for free aber nicht zu einem normalen Let's Play sondern wieder zu einem Waffenreview bin ich backen ey ähm ja zu einem Waffenreview und zwar der L-Satz für den Medic und zwar so erkennen ist ein Medic Ach geil, drin kriegt beide zu entschärfen unser Team ist ähm wie ich jetzt nach der Statistik gesehen hab richtig schön binsig und jetzt haben sie A schon wieder fast verloren und weil ich Medic bin aber ist einfach mal voll keine rein oder halt auch nicht, weil da ein MG 36 da jetzt auch drin ist der endlich mal, uh, auch ein Medic ne, ein Sturmsolder also 10.000 das ist auch ein Cheater bestimmt nö naja, doch Junge naja, ne naja, ne ne Junge, der hat 10.000 Punkte mit dem Sturm ne Junge, das muss kein Cheater sein, die heute gleich schon gesteckt ihr habt schon andere ja, wir haben schon den Hintergrund ja zwei Dings, zwei Stationen habt ihr schon verloren die Runde läuft schon einige Zeit aber ach kacke da wollte ich meinen Teamkameraden mal helfen und ihn äh wiederbeleben und der Typ nimmt das nicht an und hier das ist der Typ Ratzna Nerenas das ist doch ein übelster Cheater bestimmt so jo ja, die A ist ne richtig geile Waffe wir haben jetzt zwar keine, uh, ist da hinten ja noch nö wir haben zwar jetzt hier keine Details, aber die ist trotzdem ne richtig geile Waffe weit reichen schön Präzision hoch Schaden ist auch relativ gut wir haben Attachments angehauen hm Fabi kann das ja mal demonstrieren wie haben wir das Rappet eben dort der ist rechts gewesen der ist rechts gewesen der ist doch zu kotzen du hast doch Loops da 007 es gibt keine geilen Maps mehr aber nix 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 gibts mehr da kannst du Basra spielen da natürlich der kommt jetzt hier gleich nein, die hat doch mal einen gekillt das seht ihr die Elsa macht ordentlich damage wenn man da ordentlich drauf zielt schönes großes Mager mit 113 Schuss ah, aber das ist auch 144, na gut wir haben mal Viper-Max reingehauen und sonst hat es auch sehr, sehr großes Mager ähm mit schönen 144 Schuss pro Mager was, 114 Junge 144 stand da 114 144 114 ja, aber du hast das Viper-Max nochmal 30 drauf hä? 30 Kugeln mehr ja, es sind aber nur 114 mit Viper-Max in Kugeln hä? Sönderscheiß siehst du doch einfach so aus siehst du doch einfach so aus siehst du doch noch mal kurz so den haben wir jetzt gekillt da ist noch einer irgendwo oh naja, ich ahne nichts gutes die werden jetzt hier alle gleich kommen ja komm, da muss er doch irgendwo sein ah, guck er da ist loser du siehst du doch, wenn er irgendwo vorkommt und weg war er ja, also die macht richtig fett damage das ist eine schöne Medic Waffe das ist aber was der ab Level 30 freischaltbar das ist vielleicht der wir sind halt nubisch wir haben uns die Marke gönnt Punkt den aber wir haben ihn nicht also nicht dass er klingt dass wir die jetzt hier irgendwie für sonst wie viel Geld gekauft haben wir sind ja nicht komplett bescheuert wir haben das ist ein Leben wo denn na und du bist mit du bist mit zu spiel 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 also die äh, das ist die Gegner richtig junge das ist doch ein voll erschießt der zweimal der Krieg die Gegner dauern naja 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 das ist doch richtig krankgewaffe ne ach Junge das ist einfach nur ne 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 das war auch er sagt ja aber der ist da rumgelaufen ich dachte ich habe es gesehen er sagt er ist hier war dies auch stark ist die ganzen Ordnung ich finde die aber in Belebst du dich mal wieder, bitte? So, der Angriff geht sehr schnell zurück, das heißt, ihr könnt ihn sogar da umkriegen. Haha, wäre das so schön gewesen, ne? Oh, Karabiner ist dann wohl zu spät gemerkt, oder? Und eine 6,8, scheiße. Also hat er einen Karabiner und ein Ding jetzt? Ja, also ein Wappen. Also ein richtig kranker Typ, der, ähm, keine Lust. Da drüben. Oh, the fuck, wie viele sind das? Zu viele. Aber du kannst alle down machen. Erstmal war der hier unten dran. Oh, fuck, runter. Oh, Junge, du schaust oben raus. Na, Junge, mach mal. Aber du hast schöne 7 Kills insgesamt. Yeah, 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 yeah. So in den Kampf, Bestrafungssoldat. Natürlich. Weil sie alle hintergerückt sind, so. So, die letzte Schlacht jetzt, hier. Die werde ich, glaub ich, auch von denen. Ich freu's nicht. Und wenn denn schon nur halb, auch. Du, ich mich mal mit dem Sniper zusammen, den ich auch immer schön wiederbeleben kann. Weil das geht, 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 geht. Nämlich. Richtig geil. So, jetzt trotzdem mal die. Erstmal, du scheiße, erstmal. Ich weiß den. Minipack. Oh, the fuck, ich soll die hier nicht stehen. Hier, das ist gleich mal. Es ne, aber das ist wunderschön. Das ist nicht so seine Position. Ich glaub's auch nicht. Na, aber ich könnte jetzt alle hier schön wegrotzen eigentlich. Könntest du, wenn du ne ordentliche Deckung hättest. Hast du aber hier nicht. Ich renn's einfach um den Block, um's nochmal zu probieren. Gut. Also ihr seht schon, auf die Distanz kriegt der nen 26er Verdammtenschade. Okay, Gott. Das ist ja nicht so die Gelder. Was der Rex? Ah, schon hinter mir. Wieder da Typ. Äh, der ist doch zum Kotzen ist der doch. Ja, von 13. 80 hat er ja. 13.000 Punkte, das ist doch ein... Und der will der wieder abkommen. Ne, das ist ein verdammter Hacker, ne? Ne, die müssen immer alle Hacker sein. Junge, auch in einer 80-Karte hat bitte und einmal auf mich schießt und da ist einer noch drauf. Oh, das ist so, ihr nehmt das Fell. Jetzt kommen sie schon so, ihr kommt ein Truppen-Heli. Ich hab den einmal sogar auf 925 abgezogen. Wow! Wie soll ich da gerade eine 340? Plus! Ja, auf den komischen Truppen-Heli. den war okay ist nicht ganz beschissen aber wenn die A schon geholt haben das ist doch wenig mehr sicher der Kompetenz rum oder ist doch vorkommen wow ok nach 8 das ist schon ob die Wabe hört rein das wollen wir nicht etwas demonstrieren dass die richtig reinhaut Aua mein Gott ist verlegt was ja du greifst jetzt an eine Klemomina hast du dich nicht gesehen? na Junge, nee, habe ich nicht Junge, ich dachte du siehst die liegt auf der Treppe Paul lag auf der Treppe mach eh hab ich schon kriegst du noch 20 Punkte? ja, nur weil ich sie scharf gemacht ja es geht auf nochmal ja da haut die Kanade hier hin ja, wir haben Sieg gemacht ja, weil du das Ding hier wechselst ja, immerhin, ne aber es läuft ja mit der Waffe ist das schon ziemlich geil er hat auch drei aus Punkt erreicht gut das ist mit ihm die sich mit dem Ding und da verabschieden wir uns auch schon wieder bis zum nächsten Mal jetzt zog ich auch